Mittlerweile hat es sich rumgesprochen, dass Clean and Free sehr diskret und sehr souverän die Leute innerhalb von einer Woche wieder in ein suchtbefreites Leben bringt. Machen auch Sie den ersten Schritt und empfehlen Sie mich weiter, um vielleicht Ihren Angehörigen schnell wieder auf die richtige Spur zu helfen. Untertitelung des ZDF, 2020